hallo und herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem kanal mein name ist corina und ich habe heute einen süßigkeiten haul für euch aus der metro zum einen haben wir dann haben wir hier zwei großpacken kinderriegel da sind 36 riegel drin dann haben wir hier eine große box haribo cola flaschen zwei packen schokobonks plus 50 gramm gratis jeweils da hat der junge mann einiges ausgesucht für seinen geburtstag ein riesen packen trolley all in one sondern dann noch alles drin oder gibt es auch noch an ostern ein osterpäckchen noch einmal dann haben sie sich was zu trinken geholt würde ich sagen ich vermute mal das war bei mcdonald's mit drin ein kartenspiel oder was das sein soll und ein päckchen tomaten ketchup dann haben wir hier noch mal haribo schnuller und pick up minis das original 100 stück da bin ich mal gespannt wie weit wir dieses jahr damit kommen letztes jahr war es ja nicht nur für den geburtstag sondern hat auch so noch gut vier vier fünf monate gehalten an süßigkeiten portionen ja das war es eigentlich auch schon schon ist gut das war eine ganze menge süßkram aber das ist wie gesagt hält jetzt auch eine weile und ist unter anderem auch für den kindergeburtstag wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr freuen wenn ihr ein abo da lasst und vergesst nicht die glocke zu aktivieren dann verpasst da keines meiner videos mehr und ein däumchen nach oben wird mich auch sehr glücklich machen Tschüssi Euer Lecore Euer Lecore Euer Lecore Euer Lecore